Musik Andreas, du bist ja der DJ hier im Kuhstall. Welche Veranstaltungen stehen demnächst an? Demnächst steht an. Nächste Woche, Samstag, 26. März, Manuel Eberhardt mit seiner steirischen Stimmungskanone vom Allerfeinsten, der auch gleichzeitig der Startschuss für die neue Eventreihe hier im Kuhstall ist. Einmal im Monat eine Live-Veranstaltung, ein Live-Event. Im April zweiter Event, 14-Jahres-Feier, Ü30-Party und live hier im Kuhstall der zweifache Eurovision-Zone-Contest-Teilnehmer Tony Vegas, der sehr hart daran arbeitet, wieder dort hinzukommen, wo er schon mal war. Ingrid Primus, du bist Astrologin und bist ja heute im Kuhstall. Bist du das Öfterin hier? Ja, ich bin öfters hier. So in regelmäßigen Abständen, so seit zwei, drei Jahren. Dein Publikum, welche Altersklasse ist denn das? Das ist witzig, ja. In Burgenländern zum Beispiel jüngere Burschen. Die springen irrsinnig an auf Astrologie, ja. Und wann das? Im Großen und Ganzen eigentlich mehr die Weiblichen. Weibliche von 20 bis 60. Ja, liebe Zuseher, schaut vorbei im Kuhstall im Markt St. Martin im schönen Burgenland und gebt euch Spaß, gute Laune und verschiedenste Veranstaltungen.